Der 4-1 im siebten Satz, da war es schon eine gute Chance, der Ballwechsel hat auch gut Aber ich muss sagen, es hat dann 7-5 geführt und dann zwei Rückstagsfehler, das darf natürlich nicht passieren auf dem Niveau Da bin ich ein bisschen zu nein, aber da will man vielleicht einen Tick zu aggressiv spielen und hätte auch ein bisschen weniger gereicht, aber hinterher war es noch besser dann